Heute ist ein großer Tag, denn du lernst deinen ersten Effekt in After Effects. Dieses Projekt erfordert große Konzentration. Doch sei gewarnt, denn mit deiner Kraft kannst du auch großen Schaden anrichten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem After Effects Tutorial von Marmoworld.com. Mein Name ist Matthias und in dieser Guru Lektion zeige ich dir, wie du den Blitzeffekt erzeugen kannst, den du gerade gesehen hast. Dazu lernst du zunächst, wie man allgemein Effekte in After Effects anwendet und dann, wie man Eigenschaften mithilfe von Keyframes animieren kann. Also legen wir direkt los mit dem ersten Teil, dem Anwenden von Effekten. So, hier sind wir jetzt also in After Effects und das erste, was wir natürlich machen, ist unseren Clip erstmal in das Projekt laden. Dazu ziehe ich das mit dem Windows Explorer, habe ich den Clip hier schon offen, und ziehe das hier einfach in unser Projektfenster rein. Das kennt ihr ja schon vom ersten Mal. Dann haben wir jetzt hier unseren Clip, den kann ich auch mit Drücken auf die Return-Taste umbenennen, in zum Beispiel Guru Clip. Und dann kann ich diesen Clip nehmen und auf dieses Symbol ziehen. Erinnert ihr euch auch vom letzten Mal, von der ersten Lektion, um eine neue Komposition zu erzeugen. Und die Komposition heißt jetzt hier Guru Clip 2 und die nenne ich jetzt hier um in Hauptkomposition. Und hier ist die Idee, in komplexeren Projekten habt ihr später mehrere, oft verschachtelte Kompositionen. Und um da den Überblick zu behalten, ist es immer gut, die entsprechend zu benennen. Okay, in der Komposition können wir uns hier in der Zeitleiste dann den Clip angucken. Und ihr seht, hier haben wir also den Guru, alles schon fertig, und das Einzige, was fehlt, ist also dieser Blitz. Und für diesen Blitz benutzen wir jetzt einen Effekt. Und Effekte findet ihr im Menü in After Effects hier oben. Und da gibt es eine ganze Reihe von. Ihr seht hier, das passt hier nicht mal alles in mein Fenster rein. Es gibt also unterschiedlichste Kategorien von Effekten. Und in jeder dieser Kategorien gibt es dann nochmal unzählige Effekte. Es kann sein, dass ihr nicht alle Effekte habt, die ich hier habe, weil ich hier auch noch ein paar Plugins installiert habe. Die landen dann also auch hier. Eine zweite Möglichkeit, auf die Effekte zuzugreifen, ist hier dieses Fenster Effekte und Vorgaben. Wenn man das das erste Mal startet, lädt das kurz. Und da hat man hier auch nochmal verschiedene Kategorien von Effekten. Und die sind hier auch leicht durchsuchbar. Das heißt, dieses Fenster könnt ihr hier unter Fenster auch dann aufmachen, wenn ihr es nicht findet. Ansonsten habt ihr hier also Effekte und Vorgaben oder auch hier. So, was sind Effekte? Effekte wendet man auf Clips in der Zeitleiste an und die modifizieren dann diesen Clip. Also ein Beispiel. Wir können jetzt zum Beispiel mal nach Effekte gehen. Oh, ihr seht, im Moment ist das jetzt grau. Ja, ich kann hier nichts auswählen. Und das ist, weil ich im Moment dieses Fenster hier aktiv habe und nicht die Zeitleiste. Es ist immer wichtig, dass ihr einen Clip ausgewählt habt, auf den ihr den Effekt anwenden wollt. Sonst sind die hier nicht verfügbar. Das heißt, ich wähle jetzt hier den Clip. Ihr seht, das Fenster ist jetzt gelb umrahmt, also aktiv. Und jetzt gehe ich nach Effekte und jetzt ist das nicht grau. Jetzt kann ich die also anwenden. Und was ich jetzt hier zum Beispiel anwenden könnte, ist ein Effekt aus dem Bereich Weichzeichnen. Das könnt ihr hier gerade nicht mehr richtig sehen, glaube ich, in der Aufzeichnung. Also hier unten gibt es Weich- und Scharfzeichnen. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel einfach mal schneller Weichzeichner anwenden. Ja, schwupps, was ist jetzt passiert? Jetzt ist hier ein neues Fenster erschienen. Und zwar die Effekteinstellungen. Da sieht man jetzt diesen schnellen Weichzeichner. Und da kann man jetzt die Eigenschaften dieses Effektes verändern. Ich nehme mal dieses Fenster, packe das hier an dieser Halterung und ziehe das hier rüber. Ja, ihr seht, hier kann ich jetzt hier, wenn ich hier jetzt die Maus loslasse, dann bedeutet das, das Fenster wird über diesem Projektfenster geparkt. Weil das Projekt brauche ich jetzt ja erstmal eine Weile nicht mehr. So, und jetzt können wir hier sehen, also dieser schnelle Weichzeichner hat die Eigenschaft Stärke. Die ist im Moment auf 0. Deswegen sieht das Bild hier ganz normal aus. Wenn ich die jetzt anpacke und größer mache, dann seht ihr, dass das Bild weich gezeichnet wird. Ja, und hier kann ich sozusagen die Stärke dieses Weichzeichnens einstellen. Wir brauchen jetzt in diesem Clip gar keinen Weichzeichner. Ich will euch eben nur mal erklären, wie allgemein so ein Effekt funktioniert. Und das ist ein schönes Beispiel. Ja, und dann gibt es noch andere Optionen für diesen Weichzeichnereffekt. Nämlich hier zum Beispiel, ob das jetzt horizontal und vertikal oder zum Beispiel nur horizontal weichzeichnen soll. Dann sieht das Bild ganz anders aus. Ja, das heißt, Effekte wendet man auf einen Clip an und die haben dann solche Einstellungen, die man verändern kann. Die Einstellungen findet man, wie gesagt, hier in diesem Effekteinstellungen-Fenster. Und wo man die auch findet, das ist hier im Clip selber in der Zeitleiste. Und zwar, wenn ich dieses Dreieck hier mal klicke, dann erinnert ihr euch vielleicht, das letzte Mal gab es dann nur dieses Transformieren. Ja, und jetzt haben wir einen Effekt angewendet auf diesen Clip. Und jetzt gibt es hier zusätzlich diesen Reiter Effekte. Wenn ich den jetzt aufmache, dann ist hier dieser schnelle Weichzeichner drin. Und eine Sache, die ich hier dann machen kann, ist diesen Effekt an- und abschalten. Ich kann hier also Effekte jederzeit temporär an- und abschalten. Und ich kann hier das Dreieck auch aufmachen und jetzt hier auch die Stärke regeln oder regeln, hier in welche Richtung der jetzt weichzeichnen soll. Ja, das heißt, Effekte kann man grundsätzlich entweder hier oben ändern oder man kann sie auch hier in der Zeitleiste ändern und man kann sie auch an- oder abschalten. Effekte sind jetzt grundsätzlich Veränderungen des Clips, die dynamisch berechnet werden und die nicht einmal angewendet werden und dann nicht mehr verändert werden können. Also wenn ihr aus Photoshop Effekte kennt, dann ist es jetzt zum Beispiel so, man wendet einen Effekt an, dann klickt man auf OK und dann ist der Effekt angewendet und ich kann ihn nachher nicht mehr rückgängig machen oder so. Das ist in After Effects anders. In After Effects funktioniert das alles nicht destruktiv, nennt man sowas. Das heißt also, die Effekte wende ich hier an, aber sie sind nicht festgelegt. Ich kann jederzeit nachträglich die Werte ändern und ich muss nie auf OK klicken und sagen, so, jetzt habe ich den Effekt so angewendet und er ist nicht mehr veränderbar. Das ist also sehr praktisch. Effekte werden also grundsätzlich sozusagen in Echtzeit immer wieder neu berechnet und nicht einmal angewendet und sind danach nicht mehr veränderbar. Okay, wenn ich Effekte nicht mehr brauche, kann ich sie hier auch einfach selektieren und löschen, indem ich die Entfernen-Taste auf der Tastatur drücke. Ja, jetzt ist der Effekt wieder ganz weg und man sieht, jetzt ist auch hier diese Reiter-Effekte komplett verschwunden. Okay, ja, bei uns ging es jetzt ja nicht um diesen Weichzeichner-Effekt, sondern uns ging es um diesen Blitz-Effekt und da gibt es also in After Effects auch schon einen fertig eingebauten Effekt, der das macht. Und zwar finden wir diesen Effekt unter Generieren und unter Generieren gibt es dann Gewitter. Ja, den wende ich jetzt mal an und jetzt sehen wir, oh, hier ist irgendwie, unser Guru-Clip ist jetzt verschwunden. Ja, und das ist, weil es gibt Effekte, die nicht sozusagen auf dem Videoclip arbeiten, auf dem man sie anwendet, sondern die diesen Videoclip dann ersetzen. Also der Gewitter-Effekt sagt sozusagen, vergiss den Clip, der hier vorher war und machen wir stattdessen hier so ein Gewitter. Und das wollen wir an der Stelle natürlich nicht. Wir wollen ja, dass der Guru-Clip da hinten dran sichtbar bleibt und deswegen war es keine so gute Idee, das Gewitter auf den Guru-Clip selber anzuwenden, sondern wir müssen das auf einen Extra-Clip anwenden. Dazu lösche ich das Gewitter hier jetzt nochmal und erzeugt jetzt eine neue Ebene. Und dazu gehe ich hier auf Ebene, Neu und hier sehen wir jetzt, hier gibt es ganz verschiedene Arten von Ebenen, die man erzeugen kann. Texte kann man erzeugen, Farbflächen, das sind also einfach rechteckige Clips, die einfach nur mit einer Farbe gefüllt sind. Lichter, das ist später für 3D-Geschichten wichtig, Kameras auch für 3D-Geschichten. Null-Objekte ist sowas wie eine Ebene, die gar keine Größe hat, die sozusagen nicht sichtbar ist. Das braucht man auch in seltenen Fällen mal. Das sind alles speziellere Geschichten hier. Was wir in dem Fall uns nehmen, ist eine Farbfläche. Ich klicke da mal drauf. Jetzt kann man von dieser Farbfläche sagen, wie groß und breit die sein soll. Und da sagen wir jetzt, wie Kompositionsgröße, was hier auch schon standardmäßig der Fall ist. Das heißt, die wird die komplette Größe der Komposition abdecken. Und der Name, naja, der schlägt jetzt hier vor, weil bei mir diese Farbe auf diesem Grün steht, Mittelgrau-Limon-Grüne-Farbfläche 1. Wir benennen das lieber mal in Blitz um. Und dann klicke ich auf OK. So, jetzt haben wir hier also in der Zeitleiste eine zweite Ebene, Blitz, die jetzt komplett so grün ist. Und auf die wollen wir jetzt diesen Effekt anwenden. Ja, Effekt, generieren, ähm, wo haben wir ihn nochmal, äh, Gewitter. Okay, jetzt sieht dieser Blitz oder dieses Gewitter noch nicht genauso aus, wie wir das haben wollen. Und eine Geschichte, die natürlich nicht stimmt, ist, dass der ja nicht von Anfang an da sein soll, sondern erst in dem Moment, wo der Guru hier die Finger so zusammenhält. Das heißt, so ungefähr an dieser Stelle. Und es ist nicht so, dass solche Effekte einen Start- oder Endpunkt haben, den man festlegen könnte, dass die also nur über eine gewisse Zeit dauern, sondern Effekte, ähm, sind grundsätzlich über die gesamte Dauer des Clips, äh, aktiv, auf den sie angewendet werden. Und das heißt, in diesem Fall war es also wirklich günstig, dass wir diesen Effekt auf eine eigene Ebene Blitz getan haben. Und wir können jetzt hier halt einfach die Dauer der Ebene so verändern, wie wir das brauchen. Ja, also ich habe jetzt hier den Anfang verändert. Jetzt soll hier der Blitz sein. Und hier sieht man, hier lasse ich langsam die, hups, hier lässt der Guru langsam die, die Arme wieder runter. Das heißt, bis ungefähr hier soll der Blitz dauern. Dann schiebe ich hier das Ende auch entsprechend dahin. Hier ist übrigens noch ein netter Trick, wenn ihr genau an, wenn ihr das hier verkürzen wollt, genau an die Stelle, wo jetzt die Zeitleiste, äh, wo der Zeitanzeiger hier steht, könnt ihr während dem Schieben hier die Shift-Taste, also die Umschalt- oder Großschreiben-Taste gedrückt halten. Und dann wird das wie so eingerastet. Ja, ihr seht, ich bin ja noch gar nicht so richtig nah dran. Zack, und jetzt springt es trotzdem schon dahin. Also so könnt ihr sehr einfach und präzise, äh, einfach, äh, Anfangs- und Endpunkte genau an den aktuellen Zeitpunkt verändern. Also Shift-Taste oder Umschalt-Taste gedrückt halten, dann schnappt das so automatisch ein. Okay, wenn wir jetzt hier nochmal drüber fahren, sehen wir also, zack, nur in dem Bereich ist der Blitz da, wo wir ihn haben wollen. Äh, aber der Blitz sieht natürlich noch nicht so aus, wie wir das gerne möchten. Und das können wir jetzt hier in diesen Einstellungen des Gewitter-Effekts, ähm, äh, einstellen. Hier ist es übrigens so, in diesen Effekt-Einstellungen seht ihr immer die Effekte der aktuell ausgewählten Ebene. Also im Moment ist hier das Blitz aktiviert. Wenn ich jetzt hier auf den Guru-Clip klicke, seht ihr, verschwindet das, ja, weil dieser Guru-Clip eben keine Effekte angewendet hat. Wenn ich auf die Blitz-Ebene klicke, dann kommt das Ganze wieder. Okay, was wir da jetzt erstmal einstellen wollen, ist, ähm, die Farbe, die gefällt mir nicht, dieses Blau hier im Hintergrund, ja, das ist dieses Einstellungen für Leuchten. Das mache ich jetzt hier mal auf und da gibt es jetzt erstmal den Radius des Leuchtens. Da ist es so, wenn ich den größer mache, seht ihr, wird dieses Blau sehr viel größer und wenn ich den kleiner mache, wird das wieder kleiner. Hier nochmal eine kleine Tastatur-Trick und zwar, wenn ihr die Umschalt-Taste gedrückt haltet, also die Groß-Schreiben- oder Shift-Taste, dann könnt ihr diese Werte hier sehr viel schneller verändern. Also wenn ich jetzt so ziehe, seht ihr, naja, das wird so in diesem Bereich ungefähr 10, 20 größer und kleiner. Jetzt drücke ich mal gleichzeitig die Shift-Taste und ziehe und dann seht ihr, es werden gleich viel, viel größere Änderungen. Also wenn ihr große Änderungen machen wollt, haltet die Shift- oder Umschalt-Taste gedrückt und es lässt sich sehr viel besser ändern. Okay, wir wollen hier einen Wert von 30. Wie gesagt, wenn ihr da einfach drauf klickt, dann könnt ihr direkt den Wert einstellen. Das ist nur so ein kleines Leuchten und die Deckkraft kann man jetzt auch noch einstellen, wie intensiv das sein soll. Und da sieht auch hier in dem Fall ein Wert so um die 30 ganz brauchbar aus, also nur ein ganz leichtes. Und die Farbe, klicken wir also hier auf dieses Farbfeld drauf, da wollen wir einfach ein Rot jetzt statt dem Blau haben. Ja, ihr seht mal, wir haben so einen leichten roten Schein da drumherum, das sieht also ganz cool aus. So, jetzt ist das noch kein Blitz, der von der einen Fingerspitze zur anderen Fingerspitze geht. Und das liegt daran, dass wir hier im Moment als Blitzart Richtungen eingestellt haben. Und da kann ich jetzt zum Beispiel mal auf Treffer gehen und dann sieht man, ah, ein Treffer geht jetzt von diesem Punkt hier zu diesem Punkt hier. Und diese Punkte müssen wir jetzt noch anpassen. Das heißt, ich kann diesen Punkt hier anfassen und verschieben. Dann sieht man, dass der Blitz jeweils von diesem Punkt ausgeht, den ich hier habe. Und wenn ihr euch das hier mal anschaut, dann seht ihr, dass dieser Punkt, den ich hier verändere, der Ursprungspunkt dieses Effektes ist. Und den Ursprungspunkt setze ich jetzt mal hier auf diesen einen Finger. Und dann packe ich mal hier unten diesen zweiten Punkt an und sehe, ah, das ist dieser Richtungspunkt hier. Und den kann ich jetzt zum Beispiel hier hinschieben. Jetzt benutze ich nochmal das Mausrad, um hier ein bisschen näher heranzuscrollen und jetzt die Leertaste gedrückt halten. Erinnere ich euch auch aus der ersten Lektion, das hier entsprechend hinzuschieben. Und jetzt kann ich das nochmal ganz präzise platzieren. So. Wenn ich jetzt hier diesen Bereich mir mal als RAM-Vorschau angucke, dann sieht das jetzt so aus. Also, ihr erinnert euch, für die Vorschau markiere ich also hier diesen Arbeitsbereich und klicke jetzt hier auf diese RAM-Vorschau. Und was man sieht ist, wir haben jetzt hier zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass der Blitz sich nicht bewegt. Und das zweite, dass es sich auch hier nicht so exakt mit den Fingerspitzen bewegt. Und wir wollen zuerst mal dieses Problem lösen, dass es sich nicht so exakt mit den Fingerspitzen bewegt. Und dazu müsst ihr das Konzept von Keyframes verstehen. Die Idee von Keyframes ist, dass ich einen Wert hier nicht auf eine feste Zahl setze, sondern ihn im Laufe der Zeit animieren kann. Also zum Beispiel hier möchte ich jetzt den Startpunkt nicht immer an exakt der gleichen Stelle haben, sondern möchte diesen Startpunkt, also diesen Ursprungswert hier, im Laufe der Zeit verändern. Und das kann ich nicht hier einstellen, sondern dafür muss ich den Effekt hier in der Zeitleiste aufmachen, weil ich ihn ja zeitlich verändern möchte. Das heißt, ich gehe hier auf das Gewitter und gehe jetzt hier auf diesen Ursprungspunkt. Und dann gibt es hier diese Stoppuhr. Und diese Stoppuhr, wenn ich die anklicke, dann gehe ich in den Keyframe-Modus. Ich gehe hier also mal an den Anfang der Ebene und klicke jetzt hier auf die Stoppuhr. Und jetzt ist hier diese Kontrolle dazugekommen und hier sehen wir, ist so ein Punkt dazugekommen. Ich zoome hier mal ein bisschen näher rein. Und was das jetzt bedeutet, ist, dass nur an diesem Punkt haben wir jetzt den Wert, hier genau diese Position, 464,1, 311,6. Wenn ich jetzt hier weitergehe, bleibt dieser Wert im Moment stehen, aber das liegt nur daran, dass wir hier noch gar keinen anderen Wert festgelegt haben. Wir können jetzt an diese Position gehen und diesen Wert hier anpassen. Also ich ziehe den jetzt mal hier ein bisschen runter, dass der hier genau am Finger ist. Und jetzt, wo der Finger hier so ein bisschen hochgewandert ist, an der Stelle, sehen wir hier, ich bin hier in der Zeitleiste ein bisschen weitergegangen, packe ich jetzt nochmal an und ziehe den hier so ein bisschen hoch. Ich zoome hier mal noch ein bisschen näher rein und drücke nochmal die Leertaste, um das hier richtig zu schieben, damit ihr seht, was hier passiert. Jetzt seht ihr, wenn ich hier hochfahre, dann fährt dieser Punkt langsam mit dem Finger mit. Ja, also wir haben sozusagen eingestellt, dass an dieser Position dieser Wert 464,1, 315,1 ist. Und wenn wir jetzt hier rüberfahren, schaut mal auf die Zahlen, dann seht ihr, dass sie sich langsam verändern. Ja, ist jetzt hier ein bisschen weniger geworden, 312,1. Sozusagen, wir legen diesen Wert hier manuell fest und diesen Wert hier manuell fest und dazwischen macht After Effects dann automatisch einen kontinuierlichen Übergang. Ja, und da kann ich jetzt hier noch ein bisschen weitergehen, kann sagen, okay, an dieser Stelle hier ist der Finger hier. Ja, das kann ich jetzt so präzise machen, wie ich möchte, kann ich sagen, okay, hier ist vielleicht noch ein bisschen unsauber, hier füge ich nochmal einen neuen Wert ein. Man sieht jedes Mal, wenn ich das hier mache, fügt er hier einen neuen Keyframe ein. Und später, wenn man ja viele Keyframes hat, sind diese Kontrollen hier sehr praktisch. Da kann ich nämlich, wenn ich hier drauf klicke, zum vorherigen Keyframe springen und hier drauf zum nächsten. So kann ich also zwischen den einzelnen Keyframes schnell durchspringen und kann die auch nachträglich korrigieren. Man kann zum Beispiel sagen, ach, ja, an dieser Stelle ist es irgendwie nicht so ganz am Finger dran, den Keyframe mache ich nochmal ein bisschen besser. So, jetzt haben wir diese Bewegung hier also mit Hilfe von vier Keyframes grob so animiert, dass der Blitz dem Finger folgt. Hier ganz am Ende kann man vielleicht den nochmal hier hin tun. So, und jetzt haben wir den fünften Keyframe. Das gleiche können wir jetzt auch natürlich für den Endpunkt machen. Ich drücke hier die Leertaste nochmal und schiebe das hier rüber, dass wir den Endpunkt drehen. Das heißt, für diesen Richtungspunkt, also wir erinnern uns, dieser Punkt hier hieß bei diesem Effekt hier Richtungspunkt, warum auch immer. Im Moment ist es so, wenn ich den verschiebe, dann verschiebe ich den für alle Zeit. Egal, wo ich hier lang gehe, das bleibt einfach so, weil wir noch nicht die Keyframes aktiv haben. Wenn ich jetzt aber hier auf diese Stoppuhr klicke, dann kriegen wir jetzt hier wieder so einen Punkt dazu. Und jetzt können wir also zu anderen Zeitpunkten andere Werte einstellen. Ich gehe nochmal genau auf diesen Keyframe übrigens. Auch hier ist es wieder so, wenn ich genau auf so einen Keyframe will und ich bin jetzt hier leider ein Frame daneben und jetzt verändere ich den. Zack, kriegen wir einen neuen Keyframe dazu. Ich zoome hier mal nochmal rein. Sehen wir hier, es sind jetzt zwei verschiedene. Ich mache mal bearbeiten rückgängig, um das zu verändern. Auch hier kann man wieder die Shift-Taste gedrückt halten, also Umschalt, Großschreiben-Taste und dann zack rastet er hier so ein. Dann kann ich also sehr einfach, sehr schnell, exakt auf einen Keyframe draufspringen. So, jetzt bin ich also genau auf diesem Keyframe, kann diesen Keyframe anpassen, setze den hier auf den Finger, dann gehe ich hier ein Stück weiter, gleich da hin, korrigiere den ein bisschen, gehe noch ein Stück weiter nach da. Und gehe hier noch ein Stück weiter an den Anfang. Hier sollte der ungefähr hier liegen. Hier sieht man, der Blitz ist noch nicht da. Das ist, weil meine Ebene erst einen Frame später anfängt. Ja, hier habe ich jetzt meinen Keyframe gesetzt und hier fängt jetzt die Ebene an. Das macht gar nichts. Man kann also auch Keyframes außerhalb des Start- und Endpunktes der Ebene definieren. So, ich zoome hier nochmal ein kleines bisschen raus. Jetzt können wir uns das nochmal angucken. Und jetzt sehen wir also, dass sich der Blitz schön an den Fingern festgeheftet hat, aber er bewegt sich natürlich noch nicht. Und was man dazu machen muss, ist die Eigenschaft Leitungszustand hier anpassen. Der Leitungszustand ist im Moment 0 und wenn ich da jetzt durchgehe, dann seht ihr, dass er sich so schön hin und her bewegt. Ja, das Problem ist hier nur auch wieder, wenn ich diesen Leitungszustand jetzt auf einen festen Wert setze, zum Beispiel hier 10,7, dann gucken wir das nochmal an, dann bleibt er jetzt eben wieder die ganze Zeit auf diesem Wert. Ja, da verändert sich also fast nichts. Und was wir deswegen machen müssen, ist diesen Wert auch animieren. Also auch dieser muss mit Keyframes verändert werden. Der Leitungszustand soll also nicht die ganze Zeit der gleiche sein, sondern soll eigentlich das passieren, wenn der Film abläuft. Was passiert, wenn ich das hier so von Hand durchziehe, ja, das heißt zum Beispiel ganz am Anfang der Ebene soll jetzt zum Beispiel der Leitungszustand 0 sein. Und jetzt setze ich wieder ein Keyframe, das kann ich auch hier machen, so. Und jetzt gehe ich ganz ans Ende und sage, naja, das hier ist, sagen wir mal, der Leitungszustand soll zu jedem Bild 1 weiter sein. Ja, hier sind wir bei Bild 421 und jetzt gehe ich hier ganz ans Ende. Da sind wir bei Bild 510, das heißt, das sind so ganz grob 100 Bilder weiter. Dann sage ich, ganz am Ende soll der Leitungszustand dann nicht 0 sein, sondern 100. Das heißt, der Leitungszustand geht jetzt bei jedem Bild ungefähr ein kleines Stück weiter. Und das sieht man auch, wenn man sich hier den Leitungszustand anguckt und ich hier mit der Maus nochmal so drüber scrolle, jetzt wächst der Leitungszustand, also Stück für Stück durch die Keyframes, die wir da eingestellt haben. Wenn wir uns das jetzt angucken, sieht das also so aus. So, da kann man jetzt natürlich hier die Zeit noch ein bisschen genau anpassen, dass es erst dann, wenn wirklich der Blitz erscheinen soll, das hier auch sichtbar ist. Das könnt ihr also den Anfangs- und Endpunkt beliebig anpassen, so wie es gut aussieht. Jetzt kommt ja in dem Ganzen dieser Blitz zweimal vor, nämlich einmal hier und dann das zweite Mal, wo der Guru so die Hand hebt. Und genau hier müsste dann das zweite Mal der Blitz erscheinen. An dieser Stelle. Was wir dazu machen können, ist diese Blitzebene. Wir können das natürlich alles nochmal komplett von vorne neu machen, also hier auf Ebene, neue Farbfläche und dann auf diese Farbfläche diesen Effekt anwenden und so weiter. Aber was wir auch machen können, ist hier rechter Mausklick drauf machen und Ebene duplizieren. Gibt es das hier gar nicht? Dann müssen wir hier auf Bearbeiten, Duplizieren gehen oder was ihr hier seht, Steuerung D. Duplizieren. Zack, jetzt haben wir eine Kopie von dieser Blitzebene. Und die packe ich jetzt hier in der Mitte an und schiebe die einfach hier hin. Nochmal mit der Shift-Taste gedrückt, so dass es schön hier an dem aktuellen Zeitpunkt einrastet. Und hier, wo der Guru die Hand so zieht, soll sie dann wieder verschwinden. Das heißt, da setzen wir dann jetzt das Ende dieser Ebene. So, jetzt müssen wir hier an der Stelle natürlich wieder diese ganzen Keyframes anpassen. Dazu gehe ich nochmal hier drauf, mache hier den Effekt auf, Gewitter und hier Ursprung, Blitz und den Leitungszustand können wir so lassen. Nur Ursprung und Richtung müssen wir natürlich anpassen. Wenn wir erstmal die ganzen alten Keyframes hier loswerden wollen, dann ist ein guter Trick der, einmal auf die Stoppuhr zu klicken. Dann verschwinden die Keyframes, weil wir das wieder abgeschaltet haben. Die sind jetzt auch unwiederbringlich verloren, also es sei denn, die geht jetzt auf Bearbeiten rückgängig. Aber die sind jetzt erstmal, die Keyframes sind wieder aufgehoben. Das gleiche mache ich auch für die Richtung. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Und wir sehen jetzt wieder den Blitz gerade nicht, weil wir hier kurz vor dem Anfang der Ebene sind. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz an den Anfang. So. Und jetzt können wir das wieder schnell keyframen. Also das heißt, das hier hinschieben, den Endpunkt hier hinschieben und jetzt hier ein Stück weiter gehen. So. Und das hier alles ein bisschen anpassen. Und ja, hier soll wahrscheinlich der Blitz etwas früher verschwinden, nämlich schon so an dieser Stelle. Hier machen wir also das Ende der Ebene. Das ist also noch so ein bisschen Feintuning. Aber im Grunde könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie das hier alles funktioniert. Dieser Blitzeffekt ist wie gesagt nur ein Effekt, der also ganz, ganz sehr einfach zu benutzen ist und ein schönes optisches Resultat bringt. Wenn ihr gucken wollt, was After Effects sonst noch so für Effekte zu bieten hat, ist es am einfachsten in der Hilfe hier, ich gehe jetzt mal auf After Effects Hilfe, dann macht er mir eine Webseite auf, wo After Effects komplett beschrieben ist und wenn ihr da in der Hilfe guckt nach Effekte und Animationsvorgaben, ich mache das hier mal auf, da gibt es hier Effektgalerien. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Methode, sehr schnell diese ganzen verschiedenen Effekte so zu auszukundschaften, was es da alles gibt. Wenn ich hier zum Beispiel auf die Weich- und Scharfzeichnenfilter klicke, ja, dann seht ihr, hier gibt es jetzt eine kurze Beschreibung aller Weich- und Scharfzeichnenfilter und was die für einen Effekt bringen, ja. Also zum Beispiel, das sind halt alles Filter, die irgendwie das so ein bisschen unscharf machen, das Bild, aber es sieht hier zum Beispiel dieser Kanalweichzeichnen, sieht ein bisschen anders aus als hier dieser Feldweichzeichnen und Richtungsunschärfe, seht ihr, macht hier unscharf in eine gewisse Richtung. Und so kennt ihr euch also für alle möglichen Arten von Effekten, auch zum Beispiel hier für generieren, ja. Da seht ihr hier das Gewitter-Beispiel und auch was ihr sonst noch hier so alles an Geschichten generieren könnt und so weiter. Also, da wünsche ich euch viel Spaß, einfach die verschiedensten Effekte von After Effects mal auszuprobieren. Das lernt ihr wirklich nur, indem ihr da, ja, kreativ selber einfach mal ausprobiert und mit den Effekten rumspielt. Ich hoffe, dass ich euch hiermit eine gewisse Grundlage dafür gegeben habe und dass ihr in der nächsten Guru-Lektion auch wieder dabei seid. Mein Name ist Matthias für mamoworld.com.